Bibi und Tina im Land der weißen Pferde Garçon Bibi Blocksberg, die kleine Hexe aus Neustadt, öffnete die Augen Ihr Blick fiel auf dünne, lavendelfarbene Vorhänge, durch die das Sonnenlicht ins Zimmer drang Auf der anderen Seite des Raumes stand ein weiteres Bett Tinas roter Schopf war auf dem Kopfkissen zu sehen Sie schlief noch wie ein Murmeltier Bibi erinnerte sich, wie sie gestern hier angekommen waren Abends waren sie auf dem Flughafen von Arles gelandet Arles ist eine Stadt in Südfrankreich, in einer Gegend, die Camargue heißt Stephanie Thoreau und ihre Tochter Claire hatten sie vom Flughafen abgeholt In einem klapprigen Jeep waren sie über Land gefahren Es hatte schon gedämmert, deshalb hatte Bibi von der Landschaft nur wenig mitbekommen Noch dazu war sie nach dem Flug furchtbar müde gewesen und schon im Auto immer wieder eingenickt Nun waren sie also hier Auf der Stier- und Pferdefarm von Stephanie Thoreau und ihrer Tochter Claire Gleich nach der Ankunft hatte Claire ihnen ihr Zimmer gezeigt Und nach einer kurzen Katzenwäsche waren Bibi und Tina sofort in ihre Betten gefallen und eingeschlafen Was Bibi sich unter einer Stier- und Pferdefarm genau vorzustellen hatte, würde sie heute erst erfahren Plötzlich hatte sie das Gefühl, beobachtet zu werden Sie setzte sich auf und sah Tina, die zu ihr hinüberblickte Na endlich wach du Schlafmütze? fragte ihre Freundin und grinste sie an Was heißt hier Schlafmütze? entgegnete Bibi gespielt beleidigt Ich bin schon ewig wach Ich hab mich bloß erinnert, wo wir hier eigentlich gelandet sind Na in der Camargue, erwiderte Tina Im Land der weißen Pferde Stimmt, auf die Pferde bin ich echt schon total gespannt Und ich erst Tina stieg aus dem Bett und streckte sich Los, gehen wir gleich mal zu Claire rüber Sie verließen das Zimmer und standen auf einem gefließten Flur, der sich unter ihren nackten Füßen angenehm kühl anfühlte Claires Zimmer lag ihrem direkt gegenüber Tina klopfte leise an die Holztür Entree, ertönte es Tina kicherte Das ist Französisch und heißt Kommt rein Weiß ich, erwiderte Bibi Schließlich hatte sie Französisch in der Schule Sie traten ein Guten Morgen, sagte Claire Sie sprach sehr gut Deutsch Was kein Wunder war, da ihre Mutter aus Deutschland stammte Genau genommen kam Stéphanie Thoreau sogar aus Falkenstein Und war eine ehemalige Klassenkameradin von Tinas Mutter Als junge Frau hatte sie Urlaub in der Camargue gemacht Und sich Hals über Kopf in Louis Thoreau verliebt Einen Stier- und Pferdefarmer Sie hatten geheiratet und eine Tochter bekommen Doch dann war Louis Thoreau an einer seltenen Krankheit gestorben Seitdem führte Stephanie die Farm alleine Da es hier sehr einsam war, hatte sie Tinas Mutter und Tina eingeladen, die Ferien hier zu verbringen Frau Martin hatte aber zu viel zu tun, weshalb Tina mit Bibi hierher gekommen war Claire hatte sich in ihrem Bett aufgesetzt und lächelte ihren Gästen entgegen Sie hatte halblange braune Haare und war ungefähr in Bibis und Tinas Alter Die beiden sahen sich in dem Zimmer um Es war sehr gemütlich eingerichtet und an den Wänden hingen viele Fotos Sie zeigten alle nur ein einziges Motiv Ein weißes Pferd Das ist Garçon, sagte Claire Ist er nicht wunderschön? Claire wartete eine Antwort nicht ab Plötzlich sprudelte es nur so aus ihr heraus Garçon ist mein bester Freund Er hat schon viele Preise gewonnen Letztes Jahr ist er sogar zum schönsten Pferd der Karmark gewählt worden Bibi und Tina konnten nur beeindruckt nicken Garçon war wirklich wunderschön Ich habe ihn bekommen, als er noch ein Fohlen war Fügte Claire leise hinzu Mein Vater hat ihn mir geschenkt Bibi und Tina wussten, dass Claires Vater vor zwei Jahren gestorben war Umso verständlicher war es, dass Garçon ihr so viel bedeutete Das sind tolle Fotos, sagte Tina Sie beugte sich vor, um sie genauer zu betrachten Besonders das hier mit dem Sonnenuntergang Sie deutete auf ein Foto, wo Garçon in der Abenddämmerung vor einem See zu sehen war Ich fotografiere gern, sagte Claire Das Bild habe ich am Flamingosee aufgenommen Wenn ihr Lust habt, können wir morgen einen Ausflug dorthin machen Aber erst einmal gibt es Frühstück Einverstanden? Super, antwortete Bibi Wir brauchen nur noch fünf Minuten Schließlich waren sie und Tina noch im Schlafanzug Lasst euch Zeit, rief Claire lachend Wenn ihr soweit seid, sagt einfach Bescheid Dann gehen wir zusammen runter Probleme Etwa zehn Minuten später betraten Bibi, Tina und Claire die Küche Stephanie Thoreau hatte bereits den Tisch gedeckt Claires Mutter hatte die gleichen braunen Haare wie ihre Tochter Allerdings fielen sie ihr bis weit über die Schultern Ihr kommt genau richtig, das Frühstück ist gleich fertig Auch in der Küche hingen viele gerahmte Fotos, wie ihnen auffiel Die meisten waren schwarz-weiß und ziemlich alt Darauf waren weiß gekleidete Männer in einer Arena mit Stieren zu sehen Bibi und Tina warfen sich einen kurzen Blick zu Nach allem, was sie über Stierkampf wussten, waren sie nicht unbedingt Freunde davon Doch hier in der Karmark schienen Stierkämpfe üblich zu sein Setzt euch Auf dem Tisch stand knuspriges, in Scheiben geschnittenes Baguette Verschiedene Sorten Marmelade und Butterkekse Die Mädchen bedienten sich Können wir eigentlich heute schon ausreiten? Fragte Bibi Stephanie lachte Erst einmal müsst ihr euch Pferde fangen Stehen die nicht einfach bei euch im Stall? Wunderte sich Tina Claire kicherte Die meisten von denen haben noch nie einen Stall von innen gesehen Unsere Pferde sind eigentlich das ganze Jahr über draußen Erklärte Stephanie Thoreau Bis zu ihrem dritten Lebensjahr leben sie mit ihrer Herde zusammen Danach werden einige von ihnen eingefangen und langsam angeritten Die Guardians achten dabei besonders darauf Welche Pferde für die Arbeit mit den Stieren geeignet sind Aber wenn sie nicht für die Arbeit gebraucht werden Leben sie einfach draußen bei ihrer Herde Guardians? Das sind doch die Rinder und Pferdehirten hier in der Karmark, oder? Fragte Tina jetzt nach Sie hatte während des Fluges lange in ihrem Reiseführer gelesen Genau, sagte Claire und nickte Ohne Guardians läuft hier gar nichts Zurzeit haben wir aber ziemliche Probleme mit ihnen Was denn für Probleme? Fragte Tina, während sie an einem Butterkeks knabberte Naja, irgendwie will keiner mehr für uns arbeiten Und wieso nicht? Fragte Bibi Es geht hier ziemlich traditionell zu, erklärte Stephanie Einer Frau trauen sie nicht zu, eine Pferde- und Stierfarm zu führen Schon gar nicht einer Fremden Wer es hier schaffen will, der muss sich wirklich durchbeißen können Auf einmal machte sie ein fast verzweifeltes Gesicht Maman, was ist denn? Fragte Claire Ist etwas passiert? Stephanie zögerte kurz Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber Seufzend erhob sie sich Sie nahm einen Briefumschlag vom Küchenbuffet Das war heute in der Post Sagte sie zu ihrer Tochter Ein Brief vom Marquis Vom Marquis? Was will der denn von uns? Er will uns hier weghaben Erwiderte Stephanie Was? Claire schrie erschrocken auf Der Marquis? Wer ist denn das? Mischte Bibi sich ein Stephanie erklärte die Sache jetzt genauer Der Marquis hieß eigentlich Marquis Henri de Saint-Ablanc Er war ein Adliger und der nächste Nachbar der Familie Thoreau Er lebte in etwa 10 Kilometer Entfernung von ihnen Ihm gehörte das Land, auf dem die Stier- und Pferdefarm von Stephanie Thoreau lag Und was schreibt er? Fragte Claire Dass er den Pachtvertrag nur verlängert, wenn wir 20% mehr bezahlen Erwiderte Stephanie Aber das können wir doch nicht, oder? Stephanie schüttelte den Kopf Ausgeschlossen Wir kommen sowieso kaum über die Runden Und was machen wir jetzt? Fragte Claire Ihre Mutter hob die Schultern und ließ sie wieder fallen Wir werden schon eine Lösung finden, sagte sie Sie lächelte angestrengt Jedenfalls solltet ihr euch die Ferien davon nicht vermiesen lassen Wir könnten diesen Marquis ja mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, schlug Tina vor Nein, bitte nicht, sagte Stephanie sofort Ich muss dafür selbst eine Lösung finden Aber was denn für eine Lösung, Maman? Fragte Claire wieder In drei Tagen beginnt das Fest der Pferde und Stiere in Saint-Ablanc Erwiderte Stephanie Vielleicht gewinnen Hector und Garçon einen Preis Dann sieht die Sache schon wieder anders aus Vielleicht begreift der Marquis dann, dass auch Fremde gute Pferde und Stierzüchter sein können Hector ist nämlich unser bester Kampfstier Erklärte Claire mit Blick auf Bibi und Tina Kampfstier, wiederholte Bibi Naja, meinte Claire trocken Die züchten wir hier Tina machte ein ziemlich erschrockenes Gesicht Äh, und diese Kampfstiere leben auf der Farm? Natürlich nicht, Claire lachte Dafür sind die viel zu wild Unsere Stiere leben genauso frei wie die Pferde Um sie einzufangen, brauchen wir ebenfalls die Guardians Zum Glück hilft uns wenigstens Frederic noch, sagte Stephanie Er hat schon bei uns gearbeitet, als mein Mann noch lebte Er ist eine treue Seele und lässt uns bestimmt nicht im Stich Aber wenn wir Frederic nicht hätten, wüsste ich wirklich nicht, was wir machen sollten Wie wär's, wenn wir uns jetzt die Pferde anschauen, fragte Claire, um abzulenken Das wäre toll, rief Bibi Sie konnte es kaum erwarten, endlich zu den Pferden zu kommen Stephanie lächelte Na los, raus mit euch Ich räume hier schon auf Die Mädchen sprangen auf und stürmten aus der Küche Coco und Fleur Hinter dem Haus lag die riesige Koppel Neun weiße Pferde weideten darauf Die Mädchen lehnten am Zaun und beobachteten sie eine Weile Garçon ist auch dabei Soll ich ihn euch mal zeigen, fragte Claire Sie legte Mittelfinger und Daumen zusammen Steckte beide Finger in den Mund und ließ einen gellenden Pfiff hören Wow, du kannst gut pfeifen, meinte Tina bewundernd Hab ich von Maman gelernt, sagte Claire Sie kann das noch viel besser als ich Einer der Schimmel hatte seinen Kopf gehoben und trabte auf sie zu Das ist Garçon, sagte Claire mit seligem Lächeln Der Hengst blieb ein paar Meter vom Zaun entfernt stehen, doch als Claire ihm die Hand hinstreckte, kam er ganz heran Sie streichelte ihm über die Nüstern und Garçon schnaubte leise Er ist wirklich wunderschön, sagte Tina Nicht wahr? Claire strahlte Bestimmt wird er auch dieses Jahr wieder zum schönsten Pferd der Camargue gewählt Alphonse Lupin, der größte Pferdehändler von Saint-Ablanc, wollte ihn uns sogar abkaufen Aber Maman hat zum Glück abgelehnt Sie schmiegte ihre Wange an den Kopf des Pferdes Dürfen wir ihn auch mal streicheln? Fragte Tina Ihr könnt es versuchen, lachte Claire Tina streckte ihre Hand aus, doch da wirrte Garçon unwillig und wich ein paar Schritte zurück Er lässt sich nicht von jedem streicheln, sagte Claire Er muss euch erst noch ein bisschen kennenlernen Aber keine Sorge Wir finden schon Pferde für euch Wollen wir? Die drei kletterten über den Koppelzaun und gingen langsam auf die kleine Herde zu Zwei der Pferde werden beim Fest der Pferde und Stiere in Saint-Ablanc gebraucht, sagte Claire Sie laufen bei der Abri-Va-Do mit Abri-Va-Do? Was ist das? Fragte Bibi So nennt man den Zug der Pferde und Stiere zur Stadt, sagte Claire Die Tiere werden erst auf einem Platz vor der Stadt gesammelt und dann alle nach Saint-Ablanc getrieben Hunderte von Pferden und Stieren, stellt euch das vor Claires Augen leuchteten vor Begeisterung Das wird ein Spektakel, kann ich euch sagen Sie hatten sich der Herde jetzt bis auf wenige Schritte genähert Bibi und Tina nahmen die Tiere genauer in Augenschein Abgesehen von Garçon befand sich nur ein einziger Hengst auf der Weide, der jedoch etwas abseits graste Das ist Philou, der gehört Frederic, sagte Claire Frederic ist gerade mit dem Auto in die Stadt gefahren, um unsere Tiere für das Fest anzumelden Aber danach müsste er herkommen Vielleicht ist er mit uns zu Mittag, dann lernt ihr ihn endlich kennen Frederic ist echt nett Bibi und Tina nickten Sie freuten sich sehr darauf, den Guardian kennenzulernen Doch momentan interessierten sie sich vor allem für die Pferde Zwei wunderschöne Stuten grasten direkt nebeneinander Das sind Coco und Fleur, sagte Claire, die ihre Blicke bemerkt hatte Sie sind unzertrennlich und beste Freundinnen Genau wie wir, oder? sagte Bibi zu Tina Stimmt, Tina lächelte Können wir es mit den beiden versuchen, Claire? Klar Ich nehme diese hier Bibi zeigte auf eine der beiden Stuten Das ist Fleur, sagte Claire Sie ist sehr verspielt, man könnte auch sagen Ein bisschen frech Ich bin gespannt, ob du mit ihr klarkommst Gut, ich nehme also Coco, sagte Tina Coco ist ein sehr vernünftiges und kluges Tier, erfuhr sie jetzt von Claire Hat man ihr Vertrauen erst einmal gewonnen, kann man sich total auf sie verlassen Dann passen wir bestimmt gut zusammen, sagte Tina und näherte sich der Stute langsam Bibi dagegen ging auf Fleur zu Und zwar von vorne, damit diese sie sehen konnte und nicht etwa erschrak Hallo, du Süße, sprach Bibi sie an Ich bin Bibi Fleur graste weiter, ohne von Bibi Notiz zu nehmen Darf ich dich streicheln? fragte Bibi Sie trat dicht an die Stute heran und berührte sie vorsichtig an der Flanke Plötzlich hob Fleur den Kopf Langsam hob Bibi die Hand, um Fleur zwischen den Ohren zu streicheln Als ihre Hand nur noch ein Stückchen davon entfernt war, trat das Pferd einen Schritt zurück Gerade so weit, dass Bibi sie verfehlte Hey! Bibi musste lachen Du hast mich ausgetrickst Sie folgte Fleur Doch mit jedem Schritt, den sie nach vorne machte, machte Fleur einen Schritt zurück Willst du mit mir fangen spielen? fragte Bibi Tu ihr ruhig den Gefallen, sagte Claire Bibi warf einen Seitenblick auf Tina Coco und sie schienen sich auf Anhieb zu verstehen, denn soeben schwang Tina sich auf Cocos Rücken Von solchen Erfolgen war Bibi noch weit entfernt Sie folgte Fleur jetzt etwas schneller Doch je schneller sie lief, desto schneller wurde auch die Stute Das ging so lange, bis Bibi ziemlich außer Atem war Puh! meinte sie schließlich Sie blieb stehen und drehte sich zu Claire um Ich glaube, sie mag mich nicht Abwarten, sagte Claire In diesem Moment spürte Bibi, wie eine weiche Pferdeschnauze sie an der Schulter stupste Sie drehte sich langsam um Fleur, rief sie Jetzt lief die Stute nicht mehr weg und ließ sich sogar streicheln Bibi beschloss jetzt endlich aufzusteigen Natürlich waren die Pferde weder gesattelt noch gezäumt Bibi hielt sich also an Fleurs Mähne fest Doch als sie sich abstoßen wollte, um sich auf ihren Rücken zu schwingen Machte Fleur einen Schritt zur Seite Autsch! Du spinnst wohl! Bibi lag auf dem Boden und blickte vorwurfsvoll auf Fleur wierte übermütig Es schien fast so, als fände sie das äußerst witzig Claire und Tina kicherten Nicht aufgeben, Bibi! Du schaffst das! Spöttelte Tina Sie saß inzwischen freihändig auf Cocos Rücken Sehr lustig Bibi rappelte sich hoch Sie würde es gleich noch einmal versuchen Diesmal blieb Fleur tatsächlich ruhig stehen Bibi griff abermals in die Mähne und schwang sich auf Fleurs Rücken Sehr gut, rief Claire Bibi lächelte Auf einmal wusste sie, dass Fleur sie akzeptiert hatte Wenn ihr schneller reiten wollt, schnalzt mit der Zunge Um langsamer zu werden, reicht ein Hola! Da! Kapiert? Rief Claire Wir geben nur ganz wenig Hilfen Als erstes probierten Bibi und Tina die unterschiedlichen Schrittarten Schritt, Trab und schließlich fielen sie auch in einen leichten Galopp Da sie ohne Zügel ritten, benutzten sie nur leichten Schenkeldruck und Gewichtsverlagerung um den Tieren zu zeigen, was sie wollten Und das funktionierte sehr gut Ihr macht das prima, lobte Claire Ich glaube, morgen können wir schon einen richtig langen Ausritt zum Flamingosee machen Habt ihr dazu Lust? Und ob Bibi und Tina dazu Lust hatten Etwas Schöneres als einen langen Ausritt auf Coco und Fleur konnten sie sich im Moment wirklich nicht vorstellen Der Guardian Mit seinem wettergegerbten Gesicht sah er aus wie ein alter Cowboy Salut Frederic, das sind Bibi und Tina Stellte Claire die beiden vor Hallo Frederic, begrüßten Bibi und Tina den Guardian Sie freuten sich, ihn kennenzulernen Aber Frederic musterte sie fast abweisend Aha, ihr seid also die neuen Gäste Habt ihr euch hier schon eingelebt? Fragte er bemüht freundlich Ja, wir haben uns sogar schon Pferde ausgesucht Entgegnete Tina Und zwar Coco und Fleur Bibi und Tina kommen super mit ihnen zurecht Meinte Claire Morgen machen wir sogar schon einen Ausritt Verkündete Bibi, da der Guardian noch immer nichts sagte Und wohin? Bei dieser Frage blickte Frederic nur Claire an So als wären Bibi und Tina seine Beachtung gar nicht wert Zum Flamingosee, erklärte diese Wir übernachten auch dort und übermorgen kommen wir wieder zurück Gerade rechtzeitig, um dir dabei zu helfen, Hector einzufangen Frederics Gesicht verfinsterte sich Nimmst du Garçon? Fragte er Claire Klar Aber Garçon ist unser bestes Pferd Sagte der Guardian Wer weiß, was auf so einem Ausritt passiert Aber ich reite doch immer auf Garçon Erwiderte Claire verwundert Was soll denn da passieren? Hm, machte Frederic bloß Ist irgendwas? Fragte Claire Ist in der Stadt etwas schief gelaufen? Hat mit der Anmeldung etwas nicht geklappt? Der Guardian wich ihrem Blick aus Alles in Ordnung, erwiderte er Ich breche dann mal auf Möchtest du nicht mit uns zum Mittag essen? Fragte Claire verwundert Der Guardian schüttelte den Kopf Muss draußen nach dem Rechten sehen Brummte er Ohne weitere Worte ging er an ihnen vorüber Richtung Koppel Die Mädchen sahen ihm verwundert hinterher Dem scheint heute irgendeine sehr dicke Laus über die Leber gelaufen zu sein Meinte Claire, als der Guardian um die Ecke verschwunden war Sie zuckte mit den Schultern Aber lasst uns jetzt reingehen Ich habe einen Bärenhunger Auch Bibi und Tina waren ziemlich hungrig Wie sich herausstellte, hatte Stéphanie Thoreau sehr lecker gekocht So hatten sie das seltsame Verhalten Fredericks schnell wieder vergessen Der Guardian war eben ein komischer Kauz, dachten sie Der Rest des Tages verging damit, dass Claire ihnen die Farm genauer zeigte Außerdem mussten sie für den morgigen Ausflug packen Am Abend gingen Bibi, Tina und Claire noch einmal zur Koppel Um den Pferden Gute Nacht zu sagen Fleur und Coco kamen sofort ans Gatter, um sich von ihnen streicheln zu lassen Auch Garçon hatte sich inzwischen an sie gewöhnt Und ließ sich jetzt ebenfalls streicheln Bibi und Tina waren sehr glücklich Sie hatten es geschafft, sich mit den Kamarkpferden anzufreunden Und morgen würden sie auf ihnen zum Flamingosee reiten Auf diesen Ausflug freuten sie sich sehr Der See trug seinen Namen nämlich nicht umsonst Sie würden dort Flamingos zu sehen bekommen Diese rosafarbenen Vögel kannten sie bisher nur aus dem Zoo Außerdem würden sie sicher auch freilebenden Kamarkpferden begegnen Und vielleicht sogar wilden Stieren Wild und gefährlich Früh am nächsten Morgen ging es los Stéphanie Thoreau hatte ihnen eine Menge zu essen eingepackt So dass sie unterwegs keinesfalls verhungern konnten Viel Spaß, ihr drei! Wir sehen uns dann morgen! sagte sie zum Abschied Spätestens morgen am frühen Abend sind wir zurück, Maman Erwiderte Claire und umarmte ihre Mutter Sie würden den Flamingosee am Nachmittag erreichen Die Nacht dort verbringen und am nächsten Tag zurückreiten Der Himmel war strahlend blau Ein leichter Wind wehte Wundervolles Wetter für einen Ausritt Sie führten die Pferde an langen Stricken von der Koppel zur Sattelkammer Diese Stricke waren aus schwarzen und weißen Fasern geflochten Und viel länger als die Pferdestricke, die Bibi und Tina von zu Hause kannten Auch die Sättel sahen anders aus Sie waren besonders dick gepolstert Und man saß in ihnen sehr tief und bequem Genau das war auch ihr Zweck Sie wurden nämlich extra für die Guardians angefertigt Die oft lange Zeit im Sattel verbrachten und es dabei gern bequem hatten Stundenlang ritten die drei Mädchen durch eine flache, karge Steppenlandschaft Abgesehen von dem hohen Gras wuchsen hier nur vereinzelte Bäume und Büsche Immer wieder sahen sie weiße Kamarkpferde, die friedlich zwischen den niedrigen Büschen grasten Doch all diese Pferde, die scheinbar wild hier lebten, gehörten jemandem Wenn sie nahe genug herankamen, erkannten Bibi und Tina, dass jedes Tier ein Brandzeichen trug Genau wie Fleur, Coco und Garçon Schließlich näherten sie sich einem Wäldchen, das sie durchqueren mussten Dahinter kommt eine Wiese, auf der meistens eine große Stierherde weidet, sagte Claire An der müssen wir vorbei, wenn wir zum Flamingosee wollen Kann da nichts passieren? Fragte Tina vorsichtig Ich meine, ist das nicht ein bisschen gefährlich, wenn diese Stiere einfach so frei herumlaufen? Ein bisschen gefährlich? Wiederholte Claire, als wüsste sie nicht recht, was Tina eigentlich meinte Doch dann lachte sie Klar, kann sein Aber so ist es in der Kamark nun mal Hier ist das Leben wild und gefährlich Deswegen macht es ja auch solchen Spaß Als sie Tinas etwas erschrockenen Gesichtsausdruck bemerkte, fuhr sie beruhigend fort Aber keine Angst, es passiert nur sehr selten etwas Hier lernen schon die Kinder mit den Stieren umzugehen Man muss eben aufpassen und vorsichtig sein Schließlich lag die Wiese vor ihnen Und tatsächlich weideten dort unzählige schwarze Stiere Wir reiten einfach langsam an der Herde vorbei und beachten sie nicht weiter Mahnte Claire Dann reizen wir sie nicht Falls doch einer auf uns losgeht, reiten wir einfach davon Hey, seht mal, rief Bibi Denn am gegenüberliegenden Ende der Wiese war plötzlich ein Reiter aufgetaucht Er näherte sich im Galopp Doch anstatt im Sattel zu sitzen, stand er freihändig auf dem Rücken seines Pferdes Was macht der denn da? Fragte Tina überrascht Ach, das ist Eric Claire stieß ein geringschätziges Schnauben aus, sodass ihre Stirnhaare aufflogen Der übt Reiterkunststücke für die Vorführung beim Fest Eric? Kennst du den? Fragte Bibi Ja, das ist der Sohn vom Marquis Der Reiter schien kaum älter zu sein als sie, wie Bibi und Tina bemerkten Sie sahen seiner Darbietung gebannt zu Eric ließ sein Pferd jetzt im Kreis laufen Mit ausgebreiteten Armen balancierte er auf seinem Rücken, wobei er das Tier erst traben ließ Dann steigerte er das Tempo, bis das Pferd schließlich wieder galoppierte Der Junge stand dabei wie angewachsen auf dem Pferderücken Das ist ja großartig, sagte Tina bewundernd Diese Reitervorführung auf dem Fest müssen wir uns unbedingt ansehen Ohne mich, entgegnete Claire Sie war natürlich nicht gut, auf Eric zu sprechen, das verstanden Bibi und Tina Aber dass der Junge mit seinem Pferd umgehen konnte, das war nicht zu leugnen Er ließ das Tier jetzt auf der Stelle tänzeln, was sehr hübsch aussah Doch plötzlich bemerkte Bibi, wie ein Stier, der soeben noch ruhig gegrast hatte, seinen Kopf hob Der Stier blickte zu dem tänzelnden Pferd hinüber Aus irgendeinem Grund schien ihm das Kunststück gar nicht zu gefallen Auf einmal senkte er seine Hörner, scharrte einige Male mit dem Huf und stürmte los Direkt auf Eric und dessen Pferd zu Eric Eric war so konzentriert auf seine Darbietung, dass er nicht bemerkte, wie der Stier auf ihn losging Wir müssen ihn warnen, schrie Tina Achtung, pass auf, brüllte sie In gestrecktem Galopp jagten die drei Mädchen auf den Jungen zu Endlich hörte er sie und blickte in ihre Richtung Dadurch war er für einen Moment abgelenkt und verlor das Gleichgewicht Im nächsten Augenblick landete er federnd auf dem Boden Hey, rief er wütend Wieso stört ihr mich? Passt doch auf, rief Tina abermals Hinter dir! Endlich drehte Eric sich um Der Stier war nicht mehr weit entfernt Erics Pferd bemerkte ihn ebenfalls Es wierte auf und galoppierte davon Auch Eric rannte los, aber gegen den Stier hatte er nicht die geringste Chance Bibi, du musst was tun, schrie Tina aufgeregt Bibi hatte ihre Hände bereits gehoben Nur ein Nothexspruch konnte jetzt noch helfen Plopp, stopp, Hex, Hex, rief sie Es machte Pling, Pling, Hexsternchen sprühten und im nächsten Moment blieb der Stier stehen Eric jedoch rannte immer noch Tina und Claire zügelten ihre Pferde Was war das denn? Fragte Claire verblüfft Na Hexerei, erwiderte Tina Bibi ist eine Hexe Wusstest du das nicht? Bibi war weitergeritten, um Eric einzuholen Du kannst jetzt stehen bleiben, rief sie ihm zu Der tut dir nichts mehr Eric warf einen Blick über die Schulter und blieb endlich stehen Wa-wa-was? Vor lauter Verblüffung stotterte er Der Stier stand da wie eingefroren Erklär ich dir später, unterbrach ihn Bibi Komm erst mal weg von hier Der Stier wacht gleich wieder auf Claire und Tina kamen herbei Mit Erics Pferd am Zügel, das sie inzwischen eingefangen hatten Eric stieg auf Und die vier ritten weiter, bis sie ein gutes Stück von dem Stier entfernt waren Schließlich wendeten sie die Pferde Gleich müsste er wieder zu sich kommen Sagte Bibi Tatsächlich erwachte der Stier in diesem Augenblick aus seiner Erstarrung Langsam hob er den Kopf Erst blickte er nach links Dann blickte er nach rechts Anschließend machte er ein paar kleine Schritte, als würde er gerade erst das Laufen lernen Schließlich bemerkte er die Reiter und glotzte zu ihnen herüber Hoffentlich geht er nicht nochmal auf uns los, sagte Eric Keine Sorge, erwiderte Bibi Der hat erstmal genug Tatsächlich warnte der Stier sich jetzt um und trabte zu seiner Herde zurück Wo er friedlich zu grasen begann Eric grinste erleichtert Ich begreife bloß nicht, wieso er plötzlich stehen geblieben ist, meinte er Als hätte ihn jemand hypnotisiert oder so Ich hab ihn verhext, sagte Bibi Verhext, wiederholte Eric Das ist ein Scherz, oder? Als Bibi keine Miene verzog, stieß er hervor Bist du echt eine Hexe? Ich dachte immer, Hexen gibt es nicht Das völlig verblüffte Gesicht des Jungen brachte Bibi zum Lachen So kann man sich täuschen, sagte sie Ich heiße übrigens Bibi und das ist meine Freundin Tina Wir sind bei Claire zu Besuch Claire kennst du ja schon, oder? Claire machte ein völlig unbeteiligtes Gesicht, als wäre Eric reine Luft für sie Der beantwortete Bibis Frage nur mit einem kurzen Nicken Kann man so etwas eigentlich lernen? fragte er Bibi Also Hexerei? Nein, erklärte Bibi Die Hexkraft muss angeboren sein Außerdem können nur Mädchen Hexen werden Schade, sagte Eric enttäuscht Das wäre manchmal ziemlich praktisch Was heißt hier praktisch? Rief Claire hitzig Du solltest einfach besser aufpassen Wie kann man bloß auf die Idee kommen, seine komischen Reiterkunststücke ausgerechnet vor einer Stierherde zu proben? Das ist ganz schön bescheuert Das sind keine komischen Reiterkunststücke, erwiderte Eric etwas verärgert Ich trainiere für die Abschlussveranstaltung auf dem Fest Ich fand es jedenfalls toll, was du da gemacht hast, mischte Tina sich ein Eric freute sich sichtlich über das Lob Echt? Wenn ihr Lust habt, kommt doch zu der Vorführung, sagte er Für heute habe ich aber genug geübt Ich glaube, ich reite jetzt nach Hause Tu das, meinte Claire kühl Wir müssen auch weiter Wo soll's denn hingehen? Erkundigte Eric sich neugierig Zum Flamingosee, sagte Tina Kennst du den? Na klar, rief Eric begeistert Es ist toll dort Ich war erst neulich Du wolltest doch nach Hause Unterbrach ihn Claire mit schneidender Stimme Sag mal, kann es sein, dass du etwas gegen mich hast? Fragte Eric ärgerlich Das wäre ja wohl kein Wunder, oder? Schnaubte Claire Du und dein Vater, ihr wollt uns von hier vertreiben Wie kommst du denn darauf? Auf Eric schien wirklich überrascht zu sein Weißt du etwa nichts von dem Brief, den meine Mutter bekommen hat? Dass wir 20% mehr Pacht bezahlen müssen? Eric schüttelte den Kopf Keine Ahnung Ach ja, Claire war richtig wütend Du bist nicht bloß ein Feigling, der vor Stieren wegläuft Du bist auch noch ein Lügner Eric schoss das Blut ins Gesicht Man merkte, dass ihm eine gepfefferte Antwort auf der Zunge lag Doch er schluckte sie hinunter Ich glaube, ich breche jetzt besser auf Sagte er stattdessen War schön, euch kennengelernt zu haben Vielleicht sieht man sich ja nochmal Dabei nickte er Bibi und Tina zu Wandte sein Pferd und galoppierte in die Richtung davon, aus der er gekommen war Endlich, den sind wir los Claire atmete hörbar aus Du warst ganz schön fies zu ihm, sagte Tina Fies? Wenn hier jemand fies ist, dann er und sein Vater Claire kniff die Lippen zusammen Reiten wir jetzt weiter, sagte sie Zum Flamingosee ist es noch ein ganz schönes Stück Sie trieb Garçon an und Bibi und Tina folgten ihr Am Flamingosee Gegen Nachmittag wurde der Boden feuchter Bibi und Tina wussten, dass die Kamark von den breiten Armen des Flusses Rohn umfangen wurde Auch bis zur Meeresküste war es nicht weit Und es gab viele Sumpfgebiete Da die Gegend noch immer sehr flach war, sahen sie den Flamingosee schon von Weitem Das Wasser glitzerte in der Sonne und zahllose Flamingos staksten darin umher An einer grasbewachsenen festen Stelle ein Stück vom Seeufer entfernt, stiegen sie ab Hier wollten sie ihr Lager aufschlagen Claire hatte Holzflöcke dabei, die sie in den Boden schlug Nachdem sie abgesattelt und die Pferde versorgt hatten, banden sie sie mit den langen Pferdestricken daran fest So konnten sie nicht weglaufen, hatten aber genügend Bewegungsfreiheit, um zu grasen Claire holte ein Fernglas aus der Satteltasche und sie gingen zum See Claire führte sie zu einer kleinen Bucht Von dort hatten sie einen freien Blick auf den See Ein Flamingo im leuchtend rosa Federkleid, der mit seinem langen Schnabel im Wasser gestochert hatte Breitete seine riesigen Schwingen aus Dann segelte er über die spiegelnde Wasserfläche dahin, um ein Stückchen entfernt wieder zu landen Dauernd wanderte das Fernglas zwischen den Mädchen hin und her Nach einiger Zeit schlug Claire vor, das Lager aufzuschlagen Zum Glück gab es in der Nähe einige Büsche und Bäume Sie fanden einen großen Ast und schleppten ihn zum Lagerplatz Den hexe ich klein, sagte Bibi, dann haben wir Brennholz Natürlich wollten sie am Abend ein Lagerfeuer anzünden Plötzlich runzelte Claire die Stirn Mist, ich hab etwas vergessen Was denn? fragte Tina Mückenspray und ein Moskitonetz So ein paar Mücken machen uns nichts aus, meinte Bibi Wartet ab, erwiderte Claire Die Mücken hier sind echt gemein Kurz darauf flackerte ein kleines Feuer Sie packten den Proviant aus und ließen es sich schmecken Während sie aßen, ging langsam die Sonne unter und malte eine breite, rote Bahn über das Wasser Die Flamingos waren inzwischen alle verschwunden Wundervoll ist es hier, sagte Tina So still und friedlich In diesem Moment war ein leises Summen zu hören Aua! schrie Tina auf und klatschte sich auf den nackten Arm Es war noch ziemlich warm, weshalb sie nur ein T-Shirt trug Das Biest hat mich gestochen Ich hab's euch ja gesagt, meinte Claire Jetzt kommen die Mücken Und so war es Nachdem die Flamingos sich zurückgezogen hatten, schwärmten die Mücken zu Abertausenden aus Bibi, Tina und Claire waren ihre willkommenen Opfer Den Pferden, die ganz in der Nähe grasten, schienen sie nichts auszumachen Aber die drei Mädchen wurden ständig gestochen Das ist echt nicht witzig, beklagte sich Tina Tut mir wirklich leid, erwiderte Claire Wie konnte ich nur das Mückenspray vergessen? Wir müssen weg hier Warte mal, sagte Bibi Vor den Sommerferien haben wir einen neuen Spruch in der Hexenschule gelernt Bibi stand auf und hob ihre Arme Ene Mähne lang und breit Mückenschutz zwei Meter weit Hex, Hex Es machte Pling, Pling Und tausende von Hexsternchen flimmerten auf Wie Glühwürmchen in der Dunkelheit Sie formten einen Kreis um den Lagerplatz Und verblassten dann allmählich Und das soll helfen? Fragte Claire zweifelnd Klar hilft das Bibi setzte sich wieder Die drei Mädchen lauschten Von den Mücken war nichts mehr zu hören Genial! Rief Claire Hexerei ist wirklich ziemlich praktisch Diese Biester sind schlimmer als Stiere Sagte sie lachend Na, ich weiß nicht Meinte Tina Ihr wundert euch bestimmt Warum hier alle den Stierkampf so toll finden, oder? Fragte Claire plötzlich Sie stocherte mit einem langen Ast im Feuer Funkenstoben auf Ein bisschen schon Gab Tina zu Bestimmt wisst ihr nicht Dass der Stierkampf in der Kamark unblutig ist Sagte Claire Den Stieren passiert dabei überhaupt nichts Die Stierkämpfer versuchen bloß ihnen Bänder von den Hörnern zu streifen Dafür haben sie nur so eine Art Kamm Ihre Schnelligkeit Ihre Geschicklichkeit Und ihren Mut Das ist aber ziemlich gefährlich Für die Stierkämpfer, oder? Fragte Tina Sie konnte nicht verstehen Wieso jemand sich freiwillig In die Nähe dieser spitzen Hörner begab Manchmal schon Gab Claire zu Mein Vater war auch ein Stierkämpfer Als er noch jung war Ein ziemlich berühmter sogar Einmal wäre er aber fast erwischt worden Sein bester Freund Hat den Stier damals abgelenkt Und mein Vater konnte sich retten Dieser Freund War Henri de Saint-Ablanc Der Marquis? Fragte Bibi erstaunt Ja, der Marquis Er und mein Vater waren gute Freunde Aber der Marquis war dagegen Dass mein Vater eine Fremde geheiratet hat Als Vater dann krank wurde und gestorben ist Hat er alles getan Um meine Mutter von hier zu vertreiben Er hat ihr irgendwie die Schuld an allem gegeben Aber das ist doch völliger Quatsch Sagte Tina Natürlich Erwiderte Claire heftig Aber vielleicht versteht ihr jetzt Warum ich den Marquis und Eric nicht sehr mag Die Pferde hatten sich inzwischen Hinter einem niedrigen Gebüsch Zur Ruhe gelegt Vielleicht sollten wir jetzt auch schlafen Meinte Tina Und gähnte Ich bin ganz schön müde Und spät ist es auch schon Die drei Mädchen rollten ihre Isomatten Und Schlafsäcke aus Bibi lauschte den Geräuschen der Nacht Und des nahen Sees Die Kamark war wirklich ein märchenhaftes Land Mit ihren rosa Flamingos Ihren weißen Pferden und schwarzen Stieren Wild und gefährlich war sie Und voller rätselhafter Sitten und Gebräuche Glücklicherweise war von den Mücken Nichts mehr zu hören Und so schlief Bibi schließlich ein Ein Traum wird wahr Als Bibi am nächsten Morgen erwachte Lag Nebel über dem See Es war noch sehr früh Tina und Claire schliefen noch Bibi ging barfuß zum See hinab Spiegelglatt und grau lag die Wasserfläche vor ihr Langsam bahnte die Sonne sich ihren Weg durch den Nebel Bibi rieb sich die Augen Sie hatte einen seltsamen Traum gehabt Der ihr jetzt wieder einfiel Sie hatte von einem großen Mann Mit einem sehr buschigen Schnurrbart geträumt Der gekommen war und Claires Pferd mitgenommen hatte Langsam ging Bibi zurück zum Lagerplatz Tina und Claire waren inzwischen aufgewacht Die beiden krochen aus ihren Schlafsäcken Wollen wir uns Tee kochen? Rief Claire Sie hatte einen verbeulten Aluminiumtopf Und einen Spirituskocher dabei Und setzte Wasser auf Bald darauf schlürften die Mädchen heißen Tee Und aßen ein paar Butterkekse dazu Die Flamingos kehrten zurück Mit ihren riesigen Schwingen Kamen sie lautlos angeflogen Und landeten im See Um ebenfalls zu frühstücken Bibi drehte sich nach den Pferden um Die sich gestern hinter einem der niedrigen Büsche Zum Schlafen niedergelegt hatten Coco und Fleur konnte sie sehen Aber wo war Garçon? Bibi fiel der Traum von heute Nacht wieder ein Wo ist denn Garçon? Fragte sie Claire Wieso? Verwundert wandte sich diese um Sprang plötzlich auf und rannte zu den Pferden Bibi und Tina folgten ihr Coco und Fleur grasten friedlich Aber Garçon war weg Mitsamt dem Strick Der Pflock, an dem Claire ihn angebunden hatte Steckte noch im Boden Hat er sich losgerissen? Fragte Tina Kann sein, erwiderte Claire Vielleicht hab ich ihn nicht richtig festgebunden Und erst weggelaufen Claire bückte sich und untersuchte den Pflock Dann blickte sie sich um Und stieß ihren lauten, gellenden Pfiff aus Der weit zu hören war Doch nichts geschah Claire wurde bleich Wir müssen ihn suchen, sagte sie Sie gingen zum Lagerplatz zurück Und begannen, ihre Sachen zu packen Ich habe heute Nacht geträumt, dass ihn jemand gestohlen hat Sagte Bibi plötzlich Wahrscheinlich ist das ein Zufall Aber seltsam ist es doch, dass Garçon jetzt weg ist Allerdings ist das seltsam, stimmte Tina zu Aber wer könnte ihn gestohlen haben? Schließlich weiß niemand, dass wir hier sind Außer deiner Mutter, Claire Doch, rief Claire plötzlich Du hast es Eric gesagt, Tina Du hast ihm erzählt, dass wir zum Flamingosee reiten Ein entschlossener Ausdruck trat in ihr Gesicht Eric war's Ich bin sicher Dass der Dieb in ihrem Traum einen buschigen Schnurrbart getragen hatte Sagte Bibi lieber nicht Sie war nicht sicher, ob Schnurrbärte in Träumen Auch im wirklichen Leben von Bedeutung waren Wir reiten sofort zum Marquis Und stellen ihn und Eric zur Rede Entschied Claire Na gut, sagte Tina Wir können es ja versuchen Aber vielleicht hat Garçon sich tatsächlich Bloß losgerissen Und wir finden ihn unterwegs Hoffentlich, seufzte Bibi Doch sie glaubte selbst nicht daran Henri de Saint-Ablanc Bibi und Tina waren davon ausgegangen Dass Henri de Saint-Ablanc in einem Schloss lebte Er war schließlich ein Adliger Genau wie Graf Falco von Falkenstein Der Vater von Tinas Freund Alex Unterwegs erfuhren sie von Claire Die hinter Bibi auf Fleur mitritt Dass die Vorfahren des Marquis Tatsächlich in einem Schloss in Saint-Ablanc gelebt hatten Der Urgroßvater des Marquis jedoch Habe es als seine Lebensaufgabe angesehen Die Traditionen der Camargue zu bewahren Besonders die Pferde lagen ihm am Herzen Sagte Claire Deshalb hat er auch den Verband Der Pferdezüchter der Camargue gegründet Den gibt es bis heute Und er kümmert sich darum Dass unsere Pferde so leben können Wie es für sie am besten ist Sein Schloss habe der alte Marquis der Stadt geschenkt Mit der Auflage ein Museum daraus zu machen In dem die Lebensweise Und die Traditionen der Camargue ausgestellt würden Er selbst habe sich stattdessen eine Stier- und Pferdefarm Auf dem Land gekauft Und ein einfaches Leben geführt Der heutige Marquis lebt immer noch auf dieser Farm Und er ist auch der Vorsitzende Des Verbandes der Pferdezüchter Dem inzwischen nicht nur alle Züchter Sondern auch die Pferdehändler In der Gegend angehören Mit diesen Worten beendete Claire ihre Rede Bibi und Tina sahen die Stier- und Pferdefarm schon von Weitem Sie war von einer mannshohen, ockerfarbenen Mauer umgeben Rechts neben dem Anwesen befand sich eine Koppel Auf der mehrere Stiere und Pferde weideten An der Koppel um Friedung lehnten Eric und ein etwa 40-jähriger Mann Der Mann war einfach gekleidet Wie die Guardians Aber mit seinen lockigen, dunkelblonden Haaren Erkannte man ihn sofort als den Vater von Eric Die beiden beobachteten zwei berittene Guardians dabei Wie sie einen der Stiere in einen Hänger trieben Der vor dem geöffneten Gatter stand Bibi und Tina zügelten ihre Pferde Und sahen bewundernd dabei zu Wie geschickt die Guardians und ihre Pferde zusammenarbeiteten Jetzt begriffen sie, warum bei den Reitpferden So großer Wert darauf gelegt wurde Dass sie keine Furcht vor den Stieren hatten Kaum war der Stier im Hänger Sprang der Mann hinzu und klappte die Rampe hoch Dann erst bemerkte er die Reiterinnen Guten Tag Begrüßte er sie etwas verwundert Kann ich euch helfen? Er kam auf sie zu Sein Sohn Eric folgte ihm Er grinste die drei Mädchen an Und schien sich sehr zu freuen, sie schon so bald wiederzusehen Wir suchen Garçon Sagte Claire, indem sie von Fleurs Rücken glitt Sie trat dem Marquis entgegen Während Bibi und Tina im Sattel sitzen blieben Garçon ist mein Pferd Fügte sie erklärend hinzu Guten Tag erst einmal Meinte der Marquis lächelnd Du suchst also dein Pferd Wieso sollte das ausgerechnet hier bei uns sein? Vielleicht, weil Eric es heute Nacht gestohlen hat Erwiderte Claire scharf Was? Rief Eric, der neben seinem Vater stand Ich glaube, du hast sie nicht mehr alle, Claire Ich hab doch dein Pferd nicht geklaut Der Marquis legte seinem Sohn beschwichtigend die Hand auf die Schulter Du bezichtigst meinen Sohn also des Pferdediebstahls Sagte er, wobei er sich wieder Claire zuwandte Das ist ein schwerer Vorwurf Hast du dafür irgendwelche Beweise? Claire reckte trotzig ihr Kinn vor Garçon ist heute Nacht verschwunden, als wir am Flamingosee übernachtet haben Eric wusste, dass wir da sind Außerdem wollen sie uns von hier weg haben Jetzt mal langsam Sagte der Marquis und wirkte auf einmal ziemlich streng Du spielst vermutlich auf den Brief an, den ich deiner Mutter geschrieben habe Aber ich habe das Land damals deinem Vater verpachtet, der mein bester Freund war Deshalb habe ich die Pacht besonders niedrig angesetzt Eine Erhöhung um 20% entspricht einfach nur dem normalen Preis Der Marquis machte eine kurze Pause Außerdem kannte dein Vater die Traditionen hier Und er hat sie respektiert Wollen Sie damit sagen, meine Mutter und ich tun das nicht? Wie es scheint, kannst du nicht einmal auf dein Pferd aufpassen Erwiderte der Marquis kühl Claire's Gesicht wurde rot vor Wut Jemand hat es gestohlen, rief sie Heute Nacht Eric schien ihre Verzweiflung nicht kalt zu lassen Ich war das jedenfalls nicht, sagte er Vielleicht ist dein Garçon nur weggelaufen? Wenn wir ihn sehen, gebe ich dir sofort Bescheid Ich kann dir auch beim Suchen helfen, wenn du willst Nein, danke, erwiderte Claire abweisend Sie blickte finster vor sich hin Dann drehte sie sich um und schwang sich wieder hinter Bibi auf den Rücken von Fleur Reiten wir nach Hause, sagte sie Auf Wiedersehen Bibi nickte dem Marquis und seinem Sohn zu Tina und sie hatten bisher noch kein einziges Wort gesprochen Wer seid ihr beiden denn? Erkundigte sich der Marquis Wir sind Bibi und Tina aus Deutschland, sagte Tina Wir sind zu Besuch bei Claire und ihrer Mutter und interessieren uns sehr für die Pferde hier Aha Das freundliche Gesicht des Marquis verdunkelte sich etwas Ihr seid also Touristen Er sprach das Wort fast wie ein Schimpfwort aus Tut uns ja leid, dass wir hier sind, erwiderte Tina Sie war jetzt auch sauer Auf Wiedersehen, Herr Marquis Bibi und sie wendeten ihre Pferde und ritten weg Ich glaube, dass sie Garçon wirklich nicht haben, sagte Bibi nach einer Weile Sie konnte sich einfach nicht vorstellen, dass der Marquis oder Eric etwas mit dem Verschwinden des Pferdes zu tun hatten Außerdem hatte der Marquis keinen Schnurrbart getragen So wie der Dieb in ihrem Traum Glaube ich auch, sagte Tina Ich finde, der Typ übertreibt es gewaltig mit seinem komischen Traditionsbewusstsein Aber Pferde klaut der garantiert nicht Und Eric auch nicht Claire sagte dazu nichts Bibi verstand gut, dass Claire sich Sorgen um ihr Pferd machte Sie wollte sich schon umdrehen, um sie zu trösten Da spürte sie, wie Claire sich hinter ihr aufrichtete Reiten wir schneller, sagte sie Wir müssen zurück Maman wartet auf uns Das können wir schon lange Auf dem Rückweg ließen Bibi und Tina ihre Pferde in einem schnellen Trab laufen Claire hoffte plötzlich darauf, dass Garçon nur weggelaufen und dann zur Farm zurückgekehrt sei Am späten Nachmittag erreichten sie die Farm Claire sprang sofort aus dem Sattel und lief ins Haus Bibi und Tina folgten ihr Denn auch sie wollten sofort erfahren, ob Garçon zurückgekehrt war Sie fanden Stephanie Thoreau in der Küche In Gedanken versunken saß sie am Tisch, als die drei Mädchen eintraten Maman, ist Garçon da? rief Claire sofort Stephanie blickte auf Garçon? fragte sie Wieso soll der hier sein? Mit dem bist du doch ausgeritten Er ist heute Nacht verschwunden, rief Claire Wie bitte? Stephanie Thoreau schüttelte verständnislos den Kopf Erst jetzt bemerkte Claire, dass ihre Mutter erschöpft und traurig aussah Was hast du Maman? Ist etwas passiert? Ja, allerdings Stephanie richtete sich auf Frederic hat mir vorhin mitgeteilt, dass er nicht mehr für mich arbeitet Das gibt's doch nicht, rief Claire entsetzt Er hat eine neue Arbeit gefunden, sagte ihre Mutter Eine, die besser bezahlt ist Er meinte, er sei nicht mehr der Jüngste und er müsse sehen, wo er bleibe Claire biss sich auf die Unterlippe Das hätte ich nie von Frederic gedacht Dass er uns so im Stich lässt Ihre Mutter seufzte Leider hat er recht damit, dass ich ihm zu wenig bezahle Aber mehr konnte ich mir einfach nicht leisten Stephanie Thoreau traten Tränen in die Augen Claire setzte sich neben ihre Mutter und legte ihr einen Arm um die Schultern Es wird alles gut, Maman, sagte sie leise Stephanie blickte auf und streichelte ihrer Tochter über den Arm Es tut mir leid, sagte sie Aber ich weiß gerade nicht weiter Ohne Frederic können wir Hector nicht einfangen Wenn Hector beim Stierkampf erfolgreich wäre, würde uns das nicht nur Geld einbringen Sondern auch die Anerkennung der Leute hier Und jetzt ist auch noch Garçon weg Alles scheint sich gerade gegen uns verschworen zu haben Oder es gibt irgendwelche Leute, die uns übel mitspielen Natürlich gibt es die Maman, rief Claire Der Marquis will uns von hier weg haben Bestimmt hat er uns auch Frederic abspenstig gemacht Vermutlich stecken er und sein Sohn sogar dahinter, dass Garçon verschwunden ist Nein, Claire, das glaube ich nicht, sagte Stephanie Der Marquis war ein guter Freund deines Vaters So etwas traue ich ihm nicht zu Aber jedenfalls können wir ohne Hector und Garçon nicht an den Wettbewerben teilnehmen Und wieso fangen wir Hector nicht einfach ohne Frederic ein? Es war Bibi, die diese Frage gestellt hatte Tina und sie hatten bisher schweigend in der Tür gestanden Jetzt kamen sie an den Tisch und setzten sich Tja, genau, bekräftigte Tina Dafür brauchen wir keine Männer Das schaffen wir auch allein Stephanie blickte die beiden Mädchen erstaunt an Hector ist ein wilder Stier Das ist gefährlich Wir haben gesehen, wie man einen Stier in einen Hänger treibt, sagte Bibi Vorhin beim Marquis Wir kriegen das auch hin Morgen früh fangen wir Hector und bringen ihn mit dem Hänger nach Saint-Ablanc Würde das reichen? Ja Stephanie nickte nachdenklich Die drei Mädchen sahen sie gespannt an Plötzlich stand sie auf Wir machen erst einmal ein ordentliches Abendessen und gehen dann früh schlafen, sagte sie Morgen liegt ein anstrengender Tag vor uns In ihrer Stimme lag wieder Hoffnung Heißt das, Sie sind einverstanden? fragte Bibi Stephanie Thoreau lächelte Ja, das bin ich Wenn ich hier eines gelernt habe Dann, dass man sich nicht geschlagen gibt Wir müssen kämpfen Und wenn wir zusammenhalten, können wir es schaffen Die drei Mädchen nickten entschlossen Während Claire und ihre Mutter anfingen, Gemüse für das Abendessen zu schnippeln Übernahmen es Bibi und Tina, die Pferde abzusatteln und zu versorgen Die Sonne ging bereits unter, als Fleur und Coco zu den anderen Pferden auf die Koppel trabten Dass wir uns hier mit wilden Stieren einlassen, hätte ich auch nicht gedacht Sagte Tina Die beiden lehnten am Koppelzaun und betrachteten die weißen Pferde Es war ein sehr friedlicher Anblick Naja, meinte Bibi Wir sind eben nicht bloß Touristen, wie der Marquis gesagt hat Was die Guardians hier können, das können wir schon lange Die werden alle noch Augen machen Genau, stimmte Tina zu Und jetzt gehen wir rein und helfen beim Kochen Ich hab nämlich einen riesen Hunger Der wilde Stier Am nächsten Morgen brachen sie nach einem leichten Frühstück auf Bibi und Tina waren ohnehin zu aufgeregt, um viel zu essen Es ging schließlich um Ektor, einen wilden, gefährlichen Kampfstier Dass die Kamark-Stiere keine netten Haustiere waren, davon hatten sie vorgestern schon einen Vorgeschmack bekommen Weißt du noch, Maman, meinte Claire zu ihrer Mutter, nachdem sie eine Weile geritten waren Wie süß Ektor war, als er noch ein Kälbchen war? Stimmt, seine Mutter hatte keine Milch, als er geboren wurde, erklärte Stephanie, Bibi und Tina Also holten wir ihn auf die Farm und ich zog ihn mit der Flasche groß Wenn ich gepfiffen habe, ist er immer gekommen Dauernd ist er hinter mir hergelaufen und wollte sogar mit ins Haus Stephanie lachte bei dieser Erinnerung Aber als er dann groß genug war, um bei seiner Herde zu leben, ist er schnell zu einem ziemlich wilden Burschen herangewachsen Kurze Zeit später bemerkten sie eine Stierherde, die auf einer weiten Ebene graste Schst, machte Stephanie und zügelte ihr Pferd Auch die anderen hielten an Eine Weile betrachteten sie die weidenden Stiere Wir dürfen sie nicht durch schnelle Bewegungen reizen, sagte Stephanie Sie näherten sich der Herde im Schritttempo Es waren etwa 80 Tiere Einige Stiere glotzten zu ihnen herüber, die meisten aber fraßen einfach weiter Welcher davon ist Hector? fragte Tina Der da Claire deutete auf einen Stier, der ein Stück abseits der Herde weidete Hector ist der Chef hier Er grast meistens allein, sagte sie Stephanie nickte Das hat den Vorteil, dass wir ihn nicht von den anderen absondern müssen Ich werde versuchen, ihn in Bewegung zu versetzen Claire und ich reiten dann links und rechts von ihm, sodass er nicht ausbrechen kann Ihr beide bleibt hinter ihm, okay? Sie blickte Bibi und Tina prüfend an Traut ihr euch das zu? Die Mädchen nickten Bibi bemerkte, dass Hector zu ihnen herübersah Der Stier hatte schwarzes, glänzendes Fell Seine Hörner waren weiß und besonders schön geschwungen Mit ihren spitzen Enden waren sie sicher gefährliche Waffen Bibi schluckte Plötzlich wurde ihr klar, wie gefährlich es war, sich mit Hector anzulegen Sie meinten doch vorhin, als Kälbchen war Hector total süß Sagte sie zu Stephanie Thoreau Ja, bekam sie zur Antwort Aber diese Zeiten sind vorbei Hector hatte sich jetzt so gedreht, dass er ihnen gegenüber stand Seine Hörner zeigten genau in ihre Richtung Mit einem Huf scharrte er unruhig im Gras Erdbrocken flogen hinter ihm Und er ist tatsächlich immer gekommen, wenn sie gepfiffen haben? Hakte Bibi nach Ja, so war das Erwiderte Claire anstelle ihrer Mutter Aber wie gesagt, da war er fast noch ein Baby Stephanie musterte Bibi und Tina forschend Habt ihr doch Angst bekommen? Fragte sie freundlich Ihr könnt es ruhig zugeben Dann blasen wir die Sache ab Nein, auf keinen Fall Bibi schüttelte den Kopf Aber vielleicht hat Hector ja Angst vor uns bekommen Und kann es bloß nicht so zeigen Ich glaube, wenn wir ihm nichts tun, tut er uns auch nichts Pfeifen Sie Hector doch mal her So wie früher, schlug sie vor Vielleicht kann er sich noch daran erinnern Claire und Stephanie warfen sich einen Blick zu Na gut, probieren kann ich es ja Sagte Stephanie schließlich Sie legte Zeigefinger und Daumen aneinander Steckte sie in den Mund und Pfiff Es war kein lauter, gellender Pfiff wie der von Claire Er bestand aus drei unterschiedlichen Tönen Und klang sehr schön Fast wie ein kurzes Zwitschern Hector hob seinen Kopf Und hörte auf mit dem Huf zu scharren Seht mal, flüsterte Claire Er gibt seine Angriffshaltung auf Er scheint sich wirklich zu erinnern Sagte Stephanie Sie lächelte Bibi und Tina zu Vielleicht müssen wir ihn gar nicht nach Hause treiben Kommt bitte mit Sie wendete ihr Pferd und ritt langsam weg Die Mädchen folgten ihr Nach einigen Metern drehten sie sich um Hector starrte ihnen nach Abermals ließ Stephanie ihren Pfiff ertönen Gemächlich ritten sie weiter Wobei sie hin und wieder einen Blick zurückwarfen Hector setzte sich in Bewegung Er trottete hinter ihnen her Ich glaub's nicht, lachte Claire Sie ritten weiter Immer wieder stieß Stephanie Thoreau ihren Pfiff aus Hector folgte ihnen, bis sie zur Farm gelangten Wo sie den Stier auf die Koppel zu den Pferden ließen Anschließend gingen sie zur Sattelkammer Wo Stephanie mehrere weiße Bänder und eine rote Schleife aus einem Wandschrank nahm Was haben sie denn damit vor, fragte Tina Diese Bänder heißen Kokarde, bekam sie erklärt Sie werden den Stieren an und zwischen den Hörnern befestigt Die Raseteurs, so nennt man hier die Stierkämpfer Müssen sie mit einer Art Kamm, dem Crochette, abstreifen Stephanie erklärte weiter, dass es ziemlich gefährlich sei Die Bänder an den Stierhörnern zu befestigen Normalerweise geschehe das, wenn die Tiere im Hänger standen Und sich kaum bewegen konnten Nun kehrten sie zu der Koppel zurück Und wieder stieß Stephanie ihren beinahe magischen Pfiff aus Atemlos beobachteten Bibi, Tina und Claire, was geschah Hector trabte auf sie zu Immer wieder hielt er an und zögerte Schließlich war er nur noch wenige Meter vom Koppelzaun entfernt Was, wenn er jetzt losstürmte, fragte sich Bibi Mit seiner geballten Kraft konnte er den Zaun so leicht zerbrechen Als bestünde er aus Zahnstochern Stephanie pfiff wieder, diesmal jedoch ganz leise Sie streckte die Hand aus Endlich kam Hector bis an den Zaun heran Stephanie streichelte ihm den Kopf Dabei band sie ihm die Bänder an die Hörner Und befestigte am Schluss die rote Schleife auf seiner Stirn Als sie damit fertig war, gab sie dem Stier einen zärtlichen Klaps Gut gemacht, Hector, sagte sie sanft Sehr hübsch siehst du jetzt aus Der Mann mit dem Schnurrbart Am nächsten Morgen befanden sie sich bereits früh auf der Landstraße nach Saint-Ablanc Hector stand im Hänger Er hatte sich problemlos einladen lassen Schließlich erreichten sie den Sammelplatz für die Stiere und Pferde Der sich einige Kilometer außerhalb der Stadt befand Von hier aus würde gegen Mittag die sogenannte Abrivadot starten Der Zug der Stiere und Pferde nach Saint-Ablanc Danach wurde das ganze Wochenende über gefeiert Mit Stierkämpfen, Pferdeschauen, Reiterspielen, Musik und Tanz Auf einer riesigen Koppel tummelten sich schon zu dieser frühen Stunde Unzählige Pferde und Stiere Geschickt manövrierte Stéphanie den Hänger vor eines der Gatter Kurz darauf führte sie Hector die Rampe herab auf die Koppel Einige Guardians, die auf dem Koppelzaun gesessen und die Tiere betrachtet hatten Halfen ihr, das Gatter wieder zu schließen Sind sie sicher, dass das ein Kampfstier ist, Madame? Rief einer von ihnen Der benimmt sich eher wie ein zahmer alter Ochse Kommen Sie heute Nachmittag zum Stierkampf Erwiderte Stéphanie lachend Dann werden Sie sehen, wer hier ein zahmer alter Ochse ist Bibi, Tina und Claire kicherten Und die Guardians lachten laut über Stefanies Antwort Ich fahre jetzt wieder zurück und hole noch zwei Pferde Erklärte sie den Mädchen Dafür brauche ich euch nicht Wenn ihr Lust habt, schaut euch doch ein bisschen hier um Und ob die Mädchen dazu Lust hatten Musikgruppen spielten und an zahlreichen Ständen gab es köstlich aussehendes Essen und kühle Getränke Viel Spaß, wünschte ihnen Stéphanie In etwa zwei Stunden bin ich zurück, dann treffen wir uns wieder hier Alles klar, Maman Stéphanie stieg in ihr Auto und fuhr weg Die drei Mädchen schlenderten über den Platz Obwohl es noch so früh war, wimmelte es vor Menschen Einige junge Männer waren über den Zaun der Koppel geklettert Und liefen in gefährlicher Nähe der Stiere herum, um sie zu reizen Oft konnten sie sich nur durch Sprünge über den Zaun vor den gefährlichen Hörnern retten Leckere Crêpes, hörten sie da jemanden rufen Leckere Crêpes Na los, wir gehen etwas essen, sagte Bibi Zielstrebig ging sie auf den Stand zu und bestellte drei Crêpes Die Mädchen ließen sich Zeit beim Essen Und beobachteten dabei die Menschen auf dem Platz Die meisten strebten zu den Koppeln, um sich die Tiere anzusehen Immer wieder führten Männer ihrer Pferde an langen Stricken durch die Menge zur Koppel Dabei hatten sie es keineswegs eilig Ständig blieben sie für ein kleines Schwätzchen mit Bekannten stehen Welche die Pferde bewunderten und fachkundige Kommentare abgaben Plötzlich sah Bibi einen Mann, der zwei Pferde am Zügel hinter sich herführte Im Gegensatz zu den anderen hatte er es aber recht eilig Seht mal, machte sie Tina und Crêpe auf ihn aufmerksam Da ist Frédéric Tatsächlich Claire wunderte sich Was macht der denn hier? Sagte deine Mutter nicht, er arbeitet jetzt in Saint-Ablon? Fragte Tina Stimmt Mich würde bloß interessieren, für wen? Mich auch, sagte Bibi Ihre Hexennase juckte plötzlich Folgen wir ihm Die drei hatten sowieso aufgegessen Unauffällig folgten sie Frédéric durch die Menge Wie sie vermutet hatten, brachte er die Pferde zur Koppel Dann kehrte er zurück zum Parkplatz Dort stand ein Jeep mit einem Pferdetransporter für drei Pferde Aus dem Frédéric ein weiteres Pferd holte Sie folgten ihm abermals Nachdem er auch dieses Pferd auf die Koppel geführt hatte Gesellte er sich zu einer Gruppe von Männern Die in der Nähe zusammenstanden und sich unterhielten Einer der Männer machte besonders ausladende Gesten Und war offenbar der Wortführer Dieser Mann hatte einen dicken Bauch und Einen gewaltigen, buschigen Schnurrbart Einen richtigen Walrossbart Genau so einen hatte der Pferdedieb in Bibis Traum gehabt Wer ist das? Fragte sie Claire Es ist Alphonse Lupin Erwiderte diese Alphonse Lupin? Wiederholte Tina Den hast du schon mal erwähnt, oder? Ja, das ist der Pferdehändler aus Saint-Ablanc, der unbedingt meinen Garçon kaufen wollte Aber Maman hat abgelehnt Leider weigert er sich seitdem überhaupt noch Geschäfte mit meiner Mutter zu machen Auf einmal war Bibi alles klar Der war's, platzte sie heraus Er hat Garçon gestohlen Claire schüttelte den Kopf Ausgeschlossen, Bibi Alphonse Lupin ist ein ziemlich einflussreicher Geschäftsmann Der schleicht nicht mitten in der Nacht am Flamingosee herum und klaut Pferde Wie kommst du bloß darauf? Na, wegen seines Schnurrbarts, sagte Bibi Claire und auch Tina sahen sie ziemlich verständnislos an Bibi beeilte sich, von ihrem Traum zu erzählen Vielleicht hat er Garçon nicht selbst geklaut, sagte sie Aber er steckt dahinter, da bin ich sicher Er könnte Frédéric beauftragt haben, sagte Tina plötzlich Genau, Bibi nickte Frédéric scheint jetzt für ihn zu arbeiten Erinnert ihr euch, wie seltsam er sich benommen hat, als er erfuhr, dass wir zum Flamingosee wollen? Hm, machte Claire Stimmt, er wusste, dass wir dort sind Aber ich kann nicht glauben, dass er das getan hat Jedenfalls sollten wir ihnen auf den Fersen bleiben, sagte Tina Hallo ihr drei, hörten sie plötzlich eine Stimme Sie fuhren herum Vor ihnen stand Eric Wem wollt ihr auf den Fersen bleiben? Fragte er Er hatte wohl den letzten Teil ihres Gespräches mitgehört Was machst du denn hier? Fuhr Claire ihn an, ohne zu antworten Ich bin mit meinem Vater da, erklärte er Wir haben gerade unsere Pferde auf die Koppel gebracht Da habe ich euch gesehen und wollte mich erkundigen, ob du deinen Garçon wiedergefunden hast Ich wüsste nicht, was dich das angeht, sagte Claire Wir haben Garçon nicht wiedergefunden Wir haben aber einen Verdacht, sagte Bibi Wir vermuten, dass Alphonse Lupin etwas mit seinem Verschwinden zu tun hat Sie wies mit dem Kopf nach rechts Wo der Pferdehändler noch immer mit Friederik und einigen anderen Männern beisammen stand Eric nickte langsam und erwiderte Vater sagt, diesen Lupin ist nicht zu trauen Er vermutet sogar, dass er unsere Kamarktpferde an ausländische Züchter verkauft Und was ist daran auszusetzen? Fragte Tina Dass ein Pferdehändler Pferde verkauft, ist schließlich nichts Schlimmes Unsere Pferdehändler sind aber alle in einem Verband organisiert, erklärte Eric Dadurch sind sie zu bestimmten Sachen verpflichtet Sie müssen zum Beispiel sicherstellen, dass unsere Pferde bei ihren Käufern artgemäß gehalten werden können Und das bedeutet, fragte Tina nach Dass sie frei in ihrer Herde leben und ausreichend große Weideflächen haben Die Käufer müssen garantieren, dass sie dafür sorgen können Erst dann dürfen wir ihnen unsere Pferde verkaufen Mein Ururgroßvater hat diesen Verband gegründet, erklärte Eric nicht ohne Stolz Verstehe, sagte Tina und nickte Der Verband der Pferdezüchter der Kamark, stimmt's? Genau In den letzten Jahren gab es immer mehr Interessenten aus dem Ausland Die von den guten Eigenschaften unserer Pferde gehört haben, fuhr Eric fort Jetzt möchten sie selbst Kamarktpferde züchten Allerdings ohne sich an unsere Regeln zu halten Du meinst also, Lupin möchte Garçon an so jemanden verkaufen? Fragte Bibi Eric nickte Es könnte sein, dass er ihn irgendwo hin verkauft, wo er nur zur Zucht eingesetzt wird Garçon ist ziemlich bekannt Er wurde immerhin zum schönsten Pferd der Kamarkt gewählt Das wäre so eine Gemeinheit, rief Claire empört Allerdings, bestätigte Eric Wir sollten unbedingt an diesem Lupin dranbleiben Vielleicht führt er uns dann direkt zu Garçon Was heißt wir? Du hast mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun, rief Claire Oh doch Erstens will ich meinem Vater helfen, Lupin zu überführen Zweitens habe ich keine Lust von dir noch länger für einen Pferdedieb gehalten zu werden Sagte Eric Ich gebe nur schnell meinem Vater Bescheid, dass ich hierbleibe Er muss nämlich zurück und noch mehr Pferde holen Ihr wartet auf mich, okay? Mal sehen Erwiderte Claire vage Bibi und Tina rollten mit den Augen Es machte Claire offenbar großen Spaß, Eric zappeln zu lassen Aber der ließ sich davon nicht abschrecken Also, bis dann, rief er und war schon in der Menge verschwunden Die Mädchen beobachteten weiter den Pferdehändler In die Gruppe der Männer geriet jetzt Bewegung Auf einmal verabschiedete sich Lupin mit Händeschütteln und Schulterklopfen von den anderen und ging mit Frédéric zusammen davon Nichts wie hinterher, rief Claire Und was ist mit Eric? fragte Tina Was soll schon mit ihm sein? meinte Claire Wir müssen jetzt Lupin auf den Fersen bleiben Bibi und Tina sahen ein, dass sie recht hatte Sie hatten keine Zeit, auf Eric zu warten Eilig folgten sie dem Pferdehändler und Frédéric durch die Menge Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal